ein herzliches hallo zu einem neuen video auf meinem kanal ich bin sie so und heute spielen wir wieder super weil wir immer noch in der super premium woche sind so was auf jeden fall erstmal an steht ist hier diese goldene werkzeugbox und ein neuer emote und 30 münzen und fünf tokens so was wir öffnen wir fangen klein an also erstmal die token das geht gar nicht also neue mode ok wir haben den wirklich und dann machen wir die 30 münzen so ja ich weiß nicht was ich sagen soll also bei der ersten hatten wir was bekommen bei der zweiten auch bei der dritten nicht dann wären wir bei der vierten wahrscheinlich auch nicht oder doch doch brandbombe bomben erzeugen nach der explosion einen brandbereich ich muss sagen ich hätte schon was besseres erhofft aber trotzdem es ist nice ja hier belohnung einsammeln zack weg sind direkt eine stufe weiter wir haben schon 4000 läuft wie weit ist noch zur legendären kiste hier hu hu das wird die erste das geht ja acht tage die wir haben jetzt wievielten haben wir jetzt 24 in vier tagen ist die test ding test woche rum wir müssen auch von gestern eine sache machen ja und dann sind noch vier tage verbleibend doch ich glaube wir nehmen die zweite woche schon noch weil ich weiß nicht ob jetzt schaffen sonst ja super jetzt können wir das item aus und was ich auch noch gestern bekommen habe ohne wenig und zwar hier das neue item das neu zugekommen ist werkzeug kiste sind wir brauchen wir und zwar sammeln gegnerischer fässer und kisten gibt ja ein schild das bedeutet man kann sich aber von fast stellen und dann baut man das ab und man bekommt schild und das fasst natürlich auch brandbombe wo fügen wir die jetzt ein der platz dieser langsam aus ich würde sagen also brandbombe muss nicht unbedingt immer dabei sein also bei donner ane der hat nur zwei plätze mies es ist echt mies ok ding hat lehrer slot ja aber ich weiß nicht ane der hat der hat nicht mal bomben ok ja dann kommt bei dem natürlich die werkzeug ist ja rein ja das ist schon so ein ding wo wo setzt man das denn ein also für die den paar möchte ich auf jeden fall noch nutzen wir machen mal also heiligen sandalen muss nicht unbedingt ich war also wir tauschen gegen die heiligen sandalen aus wenn ich das ok bei ihm stellen eben nicht so ding groß bekommt das auch und oder die auch und donner was mit dem donner nicht würde ich sagen das ist ein stück wirklich ist halt schon und hier auch nicht so wir sehen wir sie haben beide dinge jetzt ausgerüstet und gehen in den kampf rein let's go ja das war doch schon mal klack wir hatten jetzt wieder glück hier tach wie wenn wie wenn ich das jetzt nicht bekommen habe wir können es hier direkt einfach einfach mal eins abbauen und dann der hat selber brandding ok aber das ist direkt abgeschlüsselt jetzt kommt unser brand ins spiel ey der macht das fast kaputt könnte ich auch wissen lass mich doch in ruhe oh nee ich habe ja aber ohne heiligen sandalen ist halt auch schon scheiße irgendwie mach den platt wirf doch die bombe wenigstens ja nein das hat nicht gereicht ja ich muss ehrlich sagen ich weiß auch nicht so genau aber wir haben jetzt wieder items aber manche müssen irgendwie immer dabei sein sowas wie heiligen sandalen oder ähm glückselkli sollte schon dabei sein irgendwie finde ich also ja weiß auch nicht ja kann es jetzt mal losgehen noch zwei müssen kommen wir gehen mal näher an die wächter da ist zwar ein hai aber gut und der ist direkt da und da ist er oh bang erstes mitgeht gehört uns scheiße das war es komplett wie der andere wächter hat er den anderen wächter hat er geschnappt das sieht gefährlich aus der eine da und man sieht natürlich auch wenn wir so viele fässer haben stand das eigentlich vorher auch da nicht wenn da jemand drin ist aber ne sag mal ach ne ich kann nicht im wasser ey das ist doch ey das das braucht man ach du kacke macht er mich das ist auch noch ein pepper der kann doch acht kilometer weit schießen ich hab keine ahnung wie viel leben ich jetzt hab warte mal ich hab gar nichts ich höre halt nichts ach man okay ich hab ich hab voll gemacht oh ne der der skippy lass mich in ruhe skippy ist so gefährlich man die machen alle meine fässer kaputt oh ne ich bin tot ey heilige sandalen braucht man muss ich ehrlich sagen die braucht man irgendwie ja schon ich hab mich halt so dran angewöhnt an die und ja wir können natürlich jetzt auch Shady mal nehmen wegen dem neuen Emote Shady hab ich so schon Ewigkeit nicht mehr das letzte mal als ich gemacht habe war halt glaube ich als halt die mission war mit ihm jetzt hier ausrüsten den direkt den Emotes zack auswählen jetzt mit den items also ne da hat der auch die heilige sagen sollen ja weil der kann die Brandbombe nicht nehmen okay früher wollte ich immer die ganze zeit diese clusterbomben dass das drei sind jetzt habe ich die und jetzt benutze ich die nicht weil es gibt halt die plätze sind halt komplett belegt mit anderen guten gegenständen das war so lustig ich hätte auch ich habe doch Schild hier ich hätte abschließen sollen bevor der die sich heilt man aber nee Mit Shady sollte man halt auch gut snipen können jetzt kommt ein anderer Snipe Sniper Typ der macht safe pass kaputt ach nee ich treffe halt gerade ja ich treffe halt wieder nicht ich wusste dass er schießt aber du kleiner aufs Maul kurz heilen und wie wenn ich dann nicht treffe man wo kommen die Schüsse hin jetzt habe ich einmal getroffen ach nee ich treffe halt wirklich nichts mehr mit dem Bogen ich wollte mich gerade hinsetzen der gehört mir ey treff doch den Bugs Bugs Junge Junge ist doch nicht der Ernst ey jetzt ach nee der hat nicht gereicht Junge oh Abschuss alter das ging aber sauschwer jetzt man ist halt verloren wenn man nicht Ding machen kann snipen kann dann bringt es halt einfach nichts mit dem zu kämpfen ja komm das reicht noch ja boom ja Leben sind da würde ich sagen es gibt natürlich bei dem ähm Schild auch Max Maximum ich das wäre es ja noch so unendlich einfach unendliche natürlich gibt es ein Maximum das wäre der größte Quatsch ich glaube sechs Fessel kann man maximal ähm abbauen man sieht die Blende da einfach liegen ist ja sehr logisch wenn man was nicht einsammeln kann ich nehme tatsächlich nur noch zwei Gegner oh hilf mir ach scheiße ich scheiße warum treffe ich denn nicht ach wir haben uns beide zusammen gekillt und dann kommt ist ist der Feuerwehrmann einfach der Feuerwehrmann siegt dann einfach aber ich muss dir ehrlich sagen mit Schildi läuft es eigentlich meistens schon ziemlich gut deswegen machen wir nochmal eine neue Runde ich finde auch Schildi eigentlich gut ehrlich gesagt schon eigentlich ist er schon ein heißer sagt er so ist er gar nicht mehr wen benutze ich denn am wenigsten ach nee lass mich doch in Ruhe wen benutze ich denn am wenigsten also ich weiß gar nicht wen gibt es denn alle ich glaube ich wen benutze ich am wenigsten ach komm ich glaube irgendwie Bruce oder so wobei der trotzdem auch eigentlich ziemlich stark ist also deswegen muss man halt sagen es sind eigentlich alles schon gute Charakter also man kann nicht sagen ja man kann eigentlich mit dem Charakter kann man nicht gewinnen oder sowas das kann mit jedem gewinnen es geht natürlich mit manchen schwerer als mit anderen aber trotzdem ja einen Bogen braucht man als Schildi schon auch wir machen jetzt mal Fullschild ist erst einer gestorben wir sind noch in Light und es sind 13 ja gerade eben war 14 ich glaube noch eins ein Fast glaube ich noch boom nee nee hey der kann doch nicht einfach so entkommen oh nee hilf mir hilfe der der ist sehr gefährlich vor allem weil der jetzt alles mögliche hat und Steve ist generell gefährlich der Schild können wir jetzt mal wir können mal wieder Schild suchen also suchen geht ja wohl leicht aber halt ja erfinden auch ich mein ja benutzen so ist der jetzt unter Wasser nee ist er nicht er macht es fast kaputt du kleiner ich treff absolut gar nichts mehr normal ist in jedem Haus auch ein Fast aber hier vielleicht wurzt es auch schon keine Ahnung das weiß man ja nicht jetzt kommt er wir können natürlich auch die hier abbauen komm wo ist er nee das ist ein Steve so zack wo ist der oh nee das ist ein Larry oh die sind hier auf einmal siehlt hier alles ab scheiße genau der hat den gegen den Junge treff doch einfach mal warum geht der auf mich schießen ab nein es war so knapp es war halt der Steve wie ich vorher gesagt hab ja es war knapp knappes Ding ich weiß auch gar nicht ob ich das Ding von gestern überhaupt schaff also zweimal hintereinander gewinnen ich würde sagen wir versuchen es mal da machen wir eben in Swords würde ich sagen Squads ist es gleich der junge 300 bekommen wir einfach moin und ich muss auch sagen Bug ist schon ziemlich stark also wir nehmen vielleicht mal Bug the Bug also man ist mal Squads vielleicht schaffen wir es jetzt zwei Männern zu gewinnen also da kann es eher sein kommt aufs Team drauf an wäre nice wenn wir irgendwie einen Maido dabei hätten das ist schon nice wir haben einen Bug und seht nix und ähm so hab ich das Meat Kid nicht bekommen stand der nicht direkt neben mir ok meine erste Waffe und Pepper haben wir auch und noch irgendeine kein Bock auf die Giraffe jetzt trefft nicht bam ich ich geh mal zu meinen Leuten erst mal nehm ich kurz hier ein paar fass mit so Leute ich komm einer von unserem Team ist der Top Predator Predator ok da ist doch noch irgendjemand oder nö ich hab wieder das Meat Kid nicht bekommen was eine scheiße ich bekomme einfach gar nichts weil ich glaube ich zu weit weg war jetzt gerade aber vorher war ich doch nicht so weit weg oder ne das ist von unserem Team ok wieso ist der alleine da oben steht hm hier sind wohl irgendwo Gegner was hat der nicht geschossen ich kann nochmal kurz hier stehen bleiben einfach um den noch bisschen zu heilen noch so ok wo sind die Gegner da ist auf jeden Fall irgendwann oh lol kann ich auch mal mitnehmen da ist ein Milo ich wollte eigentlich einfach nur zu den Fessern gehen die schießt jetzt safe jemand ab oder ok ich bin im Wasser man ey ich komm nicht mehr weg ich das ist das ist scheiße vor allem wenn Milo Junge was backt das denn jetzt noch so dumm weil ich backer backt's oder was Hilfe jetzt habe ich wieder kein Meet bekommen ich bin tot sterb einfach in der Zone am Feuer ok die ist noch weit weg da kann ich mich noch aufhören gut aber das muss ich jetzt auf jeden Fall machen so ach gewonnen null kills wir haben auch fast die ganze Zeit keine Waffen oder so gehabt aber gut so jetzt versuchen wir es noch einmal und ich hoffe wir gewinnen jetzt damit wir das noch schaffen aber ich weiß nicht meine längste Siegestrenne war drei also so strähen das ist nicht so mein Ding glaube ich aber wir machen nochmal so jetzt hoffen wir wir rocken das jetzt hoffentlich mit dem Team das ist nur Milo's oder sonst was jetzt nicht unbedingt die einfach nix oder so ok wir haben ein Hai das ist schon mal richtig nice und ein Bug und nix und noch ein Bug ok und ein Pepper ah ne und noch ein Bug das bin ich selber der hat auch das der hat das auch das haben auch richtig viele weil ich glaube das ist gar nicht so schwer zu bekommen warte ich hole es mir kurz damit es kein anderer kriegt ich hätte zwar auf mich selber aufhören können aber sonst nimmt es ja irgendein anderer wo gehe ich hin zum Hai ok der ist direkt ok der macht den ich nehme mir mal das Fass hier zack da liegt jetzt wieder ein Mitzkit rum das kann sich irgendjemand schnappen das ist scheiße ok ich habe gar nicht alles selber das eine ist eine normale Schrift hätte ich mir das mal so so hier haben wir nochmal ein Fass das hätte es auch stehen lassen können für mich aber egal die brauche ich auch danke ist es da von Gegnern oder ja ist es das kann ich gerade noch mitnehmen das hier ich glaube es wird ein bisschen knapp aber ja reicht noch dann nehme ich hier noch die silberne Schrottflinte mit wer nimmt es zuerst ok wer war schneller der hat aber schon mächtig viel im Schild ich nehme die jetzt einfach stellst du hin damit ich hier Schild bekomme danke dir ich glaube noch eins kann ich holen das wollte ich gerade holen mach ich es kaputt und die da machen die kaputt das ist glaube ich auf einem Bundeskill ne dann nehme ich das auch noch kurz mit ok ne also wir haben jetzt Vollschild eigentlich sind wir ziemlich gut ausgerüstet würde ich mal sagen ach du kacket mit level 13 ach ich weiß nicht junge level 13 ist glaube ich schon zu stark würde ich mal sagen ok das war von die haben alles so wenig leben nur nein der ist echt zu stark der level 13 der rockt jetzt der macht das komplette spiel ist ich sag's dir macht jetzt das ganze spiel ähm gewinnt der allein jetzt auch wenn die alle der macht das jetzt alleine oder ich glaube das ist der letzte von uns ne da ist noch nix ja ne das wird nichts schade eigentlich sonst hätten wir es geschafft aber ne ich ne 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 das das war klar das ist halt einfach ja was soll man machen aber das passiert nicht müssen das muss natürlich auch passieren irgendwo müssen ja die level 13 hin weil ich glaube nicht dass es extra nur für level 13 und höhere was ist hiermit ach lol in truppen nicht einsetzbar ok naja das war sowieso mit dem pfad und im klaren könnt ihr nochmal vorbeischauen also einer ist schon reingejoint mr steve grüße gehen raus haben wir schon ein paar runden gespielt und wenn ihr auch mal Bock habt mit mir zusammenspielen könnt ihr eigentlich einfach in den klaren reinkommen und vielleicht den klaren reinschreiben beziehungsweise wenn ihr im video drin sein wollt auch das wollte ich eigentlich sagen genau ja ansonsten nicht lange sehen wir uns beim nächsten mal wieder und ja irgendwann werden wir es dann schon soweit haben hier ist nochmal eine werkzeug und hier ein legendärer skin ja also das war's und wir sehen uns beim nächsten mal wieder und tschüss bis zum nächsten mal